Wisst ihr, warum wir nicht arbeiten? Diejenigen von uns, die die Offenbarung der Gnade bekommen haben, ist, weil wir noch nicht zu der Kreuzigung der Gnade gekommen sind. Wir haben das Kreuz noch nicht aufgenommen. Unser alter Mensch ist noch voll am Leben. Ja, und der alte Mensch aus uns heraus sagt, naja, es ist ja jetzt Gnade, jetzt kann ich machen, was ich will. Amen? I'm not free. Ja, jetzt bin ich frei. Gott hat den alten Menschen nicht befreit, sondern gekreuzigt, getötet. Wenn du in der Gnade bist, dann lebst du nicht mehr. Es ist die Gnade, die durch dich lebt. Es ist Gott, der durch dich seiner Welt dient. Ja, die Erde ist des Herrn und die Fülle davon. Christus ist in allen. Amen. Christ ist all. Und Christus ist alles. Und so, es ist Christus, der ein Ausdrucksmittel sucht, damit er seiner Welt dient. Damit er erhoben wird. Amen. Halleluja. Halleluja. Wenn wir nun unsere Sohnschaft begreifen, dann erkennen wir, es ist nicht mehr wir. Es gibt nichts, was ich benötige. Und zwar durch meinen Dienst. Also, was auch immer ich tue, es ist nicht so, damit ich meine Identität aufpoliere. Was auch immer ich tue, es ist nicht, um mein Erbteil zu vergrößern. So, alles, was ich je sein werde, Sogar bevor ich angefangen habe damit, bin ich schon. Alles, was ich je haben werde, habe ich schon, bevor ich überhaupt angefangen habe. Dementsprechend die Dinge dieser Welt, ihr Wert, kann nicht verglichen werden mit dem Wert, den der Vater dem Sohn gegeben hat. Wer du bist vor Gott. Nichts in dieser Welt kann genau das toppen. Amen. Nichts. Nichts. Money, fame, nothing. Autos, BMW und sonst was kann nichts. Halleluja. Amen. Was auch immer du in Besitz nehmen kannst, in dieser Welt. You know, the sons of God, they are not taking over the world, because they don't have this understanding. Die Söhne Gottes leider übernehmen diese Welt noch nicht, weil sie dieses Verständnis nicht haben. Amen. They sing, take the world and give me Jesus. Man singt immer noch dieses alte Lied, nimm die Welt und gib mir Jesus. Und das ist nur Torheit. Amen. You give the world to who? Also, zu wem soll denn die Welt gegeben werden? The earth is the Lord and the fullness thereof. Genau. Die Erde ist des Herrn und die Fülle davon. Christ is all in all. Christus ist alles und Christus ist in all. The Bible says when he descended, he feels all things. Die Bibel sagt, dass durch seinen Hinaufstieg hat er alles erfüllt. Amen. So we are free. Dementsprechend sind wir frei. We are free to serve. Wir sind frei zu dienen. We are free to enhance all that which Christ has. Wir sind frei, um genau das auszuleben, was Christus hat. So when we serve the world, wenn wir der Welt dienen, when we serve each other, wenn wir einander dienen, we are helping ourselves. Dann helfen wir uns selbst. Amen. Amen. We are bringing ourselves to light. Also wir kommen ins Rampenlicht, wenn wir die Welt dienen. Second Corinthians. Philippians 2. Let's look at this. Philippa Brief Kapitel 2. Bitte aufschlagen. 13 to 15. Wir lesen Vers 13 bis 15. Philippians 2. Philippa Brief 2. See what Paul says here. Paul says for it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Amen. Amen. It is God. Es ist Gott. Which work in you der in euch wirkt. Both to will and to do of his good pleasure. Sowohl zu wollen, aber auch zu wirken das, was ihm wohlgefällt. Look at the verse 14. Schau dir mal Vers 14 an. It says, do all things without murmuring and disputing. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Amen. Amen. Do all things. Tut alles. So it is God who worketh in you both to do and to will. Es ist Gott, der in dir wirkt zu wollen und auch zu wirken. Do all things without murmuring and disputing. Tu alles ohne Murren und Zweifel. Amen. Halleluja. All things. Alle Dinge. Now, please, get me right. I am not just talking about church here. Also, some of you think it's walking in the church only. Also, bitte versteht mich richtig. Ich rede nicht hiervon, dass man nur in der Kirche oder in der Gemeinde dient. also, manche denken, es ist nur der Gemeinde allein gemeint. Amen. Amen. When it talks about work, service, also, wenn es hier um Wirken geht, um Dienst geht, in your home, zu Hause, in your working place, auf der Arbeit, you are not working for your chef. Also, ich sag's nochmal, du arbeitest nicht für deinen Chef. Amen. Halleluja. Halleluja. Don't grumble. Dementsprechend meckere nicht. Amen. Da juckst bei uns. Halleluja. Halleluja. Es sagt, du all things without murmuring and disputing. Also, tue alles, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Denn derjenige, der in dir wirkt, der ist freudig, der ist friedlich. Halleluja. Halleluja. Amen. He is not working because of reward. Also, derjenige in dir, der wirkt nicht, aufgrund von äußerlicher Belohnung. He works because he is enhancing what he has. Dieser wirkt, weil er das, was er hat, zunehmen lässt. Look at the verse 15. Schaut euch mal Vers 15 an. the verse 15. Vers 15. He says that ye may be blameless and harmless. Damit ihr tadellos und lauter seid. You see what your work does? Also, siehst du, was dein Wirken bewirkt? You know, we say, oh yes, in Christ we are blameless. You know, we are blameless in Christ. Wir sagen, ja, in Christus sind wir wirklich tadellos. Yes. Ja. But how do you really know you are blameless? Doch woher erkennst du, dass das, was du bist, auch tatsächlich ist? Where is your blamelessness tested? Also, wo wird deine Tadellosigkeit geprüft? In service. Nämlich im Dienst. Amen. We stand in church, we are blameless in Christ. Amen. Also, wir stehen in der Gemeinde und rufen, wir sind tadellos in Christus. Amen. Do this multi- Dann kommt die erste Aufgabe und meine Güte, muss ich das machen? Amen. Service will test our faith. Dienst prüft unseren Glauben. Amen. Amen. Whether we are sons or not. Ob wir Söhne sind oder nicht. Whether the motivation of who we are is because we are just happy that God has taken away our sins. he has justified us and we are blameless before him. No. It will be tested. If you are blameless, it will be tested through service. Und dementsprechend dienen wir, weil Gott uns schon befreit hat. Er hat die Sünde, er hat all diese Dinge, die uns von ihm trennen, also weggenommen. Also, unsere Tadellosigkeit wird durch Dienst geprüft. Bist du tadellos, dann zeig es in dem Dienst. So, er sagt, look, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without Rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. damit ihr Tadellos und lauter seid, unbescholtene Söhne Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in dieser Welt. Amen. Amen. Was sagte Jesus über uns? Nämlich, wir sind das Licht der Welt, oder? Er sagte, er ist das Licht der Welt. Und er sagt, lasst zu, dass euer Lichter aufgeht, damit man euer guten Werke erkennt. Es reicht nicht aus, dass man nur sagt, ich bin das Licht. Licht leuchtet, Licht scheint und zwar durch den Dienst. Amen. Halleluja. Halleluja. So, solange wir die Denkweise des Sohnes haben, wir werden nicht in Berlin leuchten. Amen. Halleluja. Halleluja. Berlin gehört uns. Denn Berlin gibt es in Christus. Amen. Halleluja. 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 Glory be to God. Die Ehre sei Gott. So, wenn wir wirken, was tun wir? Wir leuchten auf. Warum? Weil wir Lichter sind. Und jetzt, wenn Licht, du kannst Elektrizität in diesem Haus, du kannst zum Beispiel Strom in diesem Gebäude haben, doch wenn du den Schalter nicht betätigst, dann gibt es kein Licht zu sehen. Unser Dienst ist genau unser Schalter, was bewirkt, dass unser Licht da aufgehen. Amen. Wir haben alles, was es braucht. Wenn man das Licht ausschaltet, das heißt nicht, dass es Strom in diesem Gebäude nicht gibt. Amen. Strom gibt es, Licht gibt es. Doch man muss den Schalter betätigen. Wie betätigen wir den Schalter, was Leben angeht? Service. Durch Dienst. Amen. Deswegen sagte Jakobus uns in Jakobus 2, es sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Was ist dein Glaube? Dein Glaube ist deine Identität. Dein Glaube ist wer du bist. Dein Glaube ist das, was du besitzt. Amen. Alles, was dich angeht, ist genau das, was dein Glaube aussagt. Zeig mir deinen Glauben. Amen. Lass dein Glauben sichtbar sein. Und wie geht das? Wie geht das? Durch den Dienst. Amen. Durch den Dienst. Deshalb ist der Dienst sehr wichtig. Wir sind berufen zu wirken. Doch es ist nicht wir, die das Werk vollbringen. Sondern es ist Christus, der durch uns wirkt. Amen. Halleluja. Halleluja. Denn die Gesinnung des Menschen ist besitzergreifend. Also die Gesinnung des Menschen ist wirklich vorurteilshaft. Also der Ort der Versuchung ist die Gesinnung. Es ist die Gesinnung, die versucht wird. Und dort hörst du die Stimme der Schlange. Falls du der Sohn Gottes bist. Amen. Er fordert deine Sohnschaft heraus. Er fordert dich heraus. Und diese Herausforderung macht die Aussage, dass du ein gewöhnlicher Mensch bist. Wenn du ein gewöhnlicher Mensch bist, dann mangelt dir Dinge, die du in der Welt findest. Damit du vollständig bist. Amen. Amen. Denn wir gehen Dingen nach. Wir wollen dies, wir wollen jenes. Weil wir uns komplett, also vollständig und erfüllt und in uns selbst fühlen möchten. Er sagt, du bist ein Sohn. Und hier heißt es, du bist so. mein Vater. Du bist ein Sohn. Amen. Amen. Please, diese Offenbarung ändert dein Leben und ändert deinen Blickwinkel. Nämlich, du kommst in den Ort der Ruhe hinein. Wann auch immer du die Möglichkeit hast, etwas zu tun, du tust es und zwar schnellstens. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Du suchst immer nach Möglichkeiten, zu dienen. Amen. Ehre sei Gott. Wir schauen uns Jesu Aussage an. Mark 10. Markus Evangelium 10. The verse The verse number 42. I just want to cut the story short. Wir schauen uns Vers 42. Die Geschichte möchte ich nur zusammenfassen. Now it's a reference to James and John. Das ist, das nimmt Bezug auf Johannes und Jakobus. You know, they came to Jesus and they said, Jesus, you know, we want you to give us to grant us a service. Wir möchten, also da kamen beide zu Jesus und sagen, Jesus, wir möchten, dass du uns einen Gefallen tust. And Jesus says, what can I do for you? Was kann ich euch denn tun? Was möchtet ihr haben? They said, they want to sit at his right hand, one at his right hand and another at his left. Und da heißt es, naja, Jesus, wir möchten, also jeder von uns zu deiner Seite sitzen. Einer zur rechten, einer zur linken. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, even the disciples, there were competition, right? Among them. Sogar unter den Jüngern findet man Wettbewerb. Amen. You know, they look at Jesus and they were just envious of the position. Ja, also sie schauten Jesus an und sie sehen nur noch Position, Stellung, ja, Vorzugung, Vorzüge. Also fühl dich nicht schlecht. Warum? Sogar die Jünger, die körperlich mit Jesus gewandert sind, sie haben nicht begriffen, dass es um Dienst geht. Jesus was just there walking and walking. They can't see that. They just see the position. Ja, also Jesus war da am Wirken und am Tun und am Machen. Was sagen sie nur? Oh, ich sitze zur rechten, ich sitze zur linken. Na, mal fahre ich einen BMW, mal fahre ich eine Limousine. Amen. So John und James, you know, they were brothers. Ja, Jakobus und Johannes. Genau, sie sind Gebrüder und was tun sie? Naja, die sagen, naja, ein Joint Venture, aber doch mal was. Amen. They left their 10 behind and they came to Jesus. Genau, schleichen sie von den anderen 10 weg und sagen, naja, Jesus, wir wollen einen privaten Audienz mit dir, ne? And you know, Jesus is so transparent. Jesus, for him to just talk with them silently, the guy was just, you know, he was just shouting, no, 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 for you to be at my right and then they turned heard it. They turned heard and they were angry. Und Jesus ist nicht so ein, was weiß ich, so ein, wie würde ich jetzt sagen, so ein Schweigemensch, nein, er ist ein ganz klipp und klarer Mensch. Was tat er? Er hat laut gesprochen und die anderen 10 haben mitbekommen, was die anderen 2, wovon sie weggeschlichen sind. Amen. Amen. The verse 41, look at it. It says, and when the 10 heard it, they began to be much displeased with James and John. Und im Vers 41, da hieß es, dass als die 10 das hörten, waren sie wirklich, wirklich gestört und zwar mit Jakobus und Johannes. But Jesus called the verse 42, Jesus called them to him and said unto them, ye know that they which are accounted to rule over Gentiles exercise lordship over them and their great ones exercise authority over them. Und Vers 42 von Markus 10, und Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. But so shall it not be among you. Vers 43, so aber ist es nicht unter euch. But whosoever will be great among you shall be your minister. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. And whosoever of you will be the chiefest shall be servant of all. Denn, wer von euch der Erste sein will, soll aller Knechts sein. Vers 45, Vers 45, He says, for even the son of man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Amen. Jesus says, whosoever will be great among you. Na, wer unter euch groß werden will, will have to minister. Müsste eigentlich der Diener sein. And he said he came. Und er kam. To minister. Auch zu dienen. So what makes him great? Also, was macht Jesus groß? His ministry. Es ist der Dienst. His service. Es ist das Dienen. It's not the revelation that he had. Es ist nicht die Offenbarung, die er besaß. Amen. He didn't just come and he was walking. I'm the son of God. Er kam nicht umher und wanderte umher und sagte, ich bin der Sohn Gottes. Es gab etwas, was er erfüllen sollte. Amen. Und er sagt, damit du groß bist, musst du zuerst der Diener sein. Und hier sagt er, dass der Sohn Gottes kam, um zu dienen. Also, was war sein Auftrag? Er kam zu dienen. Ehre sei Gott. Also, der Zweck seines Auftrags war Dienst. Er kam zur Welt, um zu dienen. Er kam zu geben. Er kam zu lieben. Er kam, um anderen Mut zu machen, aufzuerbauen. Er kam, um zu leuchten. Amen. Amen. Halleluja. Also, wenn wir Söhne sind, dann haben wir denselben Auftrag wie Jesus. Und hier heißt er, so wie der Vater mich sandte, genauso sende ich euch. Also, wofür sind wir hier? Wir sind hier, um zu dienen. In jedem Bereich, den Gott uns gestellt hat. Zu Hause. Er hat uns Kinder gegeben. Also, diene den Kindern. Siehst du Christus? Denn wenn Christus alles ist und auch in allem ist. Also, wenn du deinen Kindern dienst, sagst nicht, das ist meine Verpflichtung. Amen. Halleluja. Halleluja. Also, die Art und Weise, wie ich mit meinen Kindern umgehe, ist nicht dieses Belohnungssystem. Wenn du das tust, dann kriegst du das. Amen. Also, das ist das Gesetz. Ehre sei Gott. Ja, ich segne dich. Ob du Gutes tust oder nicht. Amen. Ich zeige dir das Richtige. Doch, wenn es um mit dem Umgang zu tun hat, du wandelst mit dieser Gesinnung des Dienstes. Amen. You are enhancing the life of another. Nämlich, du beförderst, also, ich sag mal, du bevorteilst das Leben eines anderen. Amen. This is why we are here. Deshalb sind wir hier. This is why we are church. Deshalb heißen wir Gemeinde. Amen. Jesus himself said, also, Jesus hat selber ausgesagt, he says the smallest in the kingdom, nämlich, der Kleinste im Reich Gottes will be greater than John the Baptist. Ist größer als Johannes der Täufer. Amen. Amen. So, all of us in the kingdom of God, also, wir alle im Reich Gottes, we are greater than the greatest of all prophets. Und zwar, wir sind größer als der größte Prophet zu alten Zeiten. Amen. Amen. So, you and I, du und ich, we are important, sind wichtig. We are equally important, wir sind gleichermaßen wichtig, in the world today. In der heutigen Welt. You know, when we emphasize Sonship, wenn wir, und zwar die Sohnschaft, hervorheben, we will not have a lot of problems among Christians. Also, werden wir nicht so viele Probleme haben unter Christen. Amen. The problem of anointing. Ja, das Problem der Salbung, als Beispiel. Amen. I have more anointing than you. Ja, ich bin gesegneter als du, ich bin gesegneter als du, und so weiter. As if in heaven, God just is measuring anointing on people. Ja, also wurde Gott da mit dem, mit dem Marsch stehen, um zu gucken, naja, wer hat mehr, also wer hat mehr bekommen, wer hat weniger bekommen, und so weiter. Wir sind alle gesegneter. Anointing is a person. Nämlich die Salbung ist eine Person. Amen. Es ist keine Kraft. Also das ist kostenfrei. Es ist wichtig, dass wir aus all den Dingen rauskommen, die Spaltungen, die Trennungen hervorbringen. Ja, solche Dinge schaffen Verlangen in dem Herzen der Menschen, und zwar für nichts. Ja, ich will mehr Salbung. Ja, du gehst und fasst das 40 Tage, kriegst dabei Magengeschwüre oder sowas. Amen. Wenn du die Salbung brauchst, esst dich satt. Wenn du die Salbung verlieren willst, dann geh in noch längere Fasten. Hungere noch mehr. Du kannst nichts von Gott bekommen, und zwar durch Werke. Glory be to God. Amen. Du brauchst anzuerkennen, dass er dir alles gegeben hat. Also wenn du fasten willst, faste, weil du ihm dienen möchtest. Amen. Amen.